Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück auf Skelly Fernsehen Co und bei ja Skellens, äh, Skellens, oh Gott, meine Güte, mein, äh, Lego der Menschen ist natürlich eine Abenteuerwelt von Dr. Who. Hallöchen, soll ich es auch mit dabei? Ja, und, ähm, ich habe hier noch Aufgaben gefunden, also zumindest eine erstmal und da in der Nähe muss ja noch eine sein. Und die, wenn wir jetzt mal annehmen, so, es war der Butler, okay. Du bist ja lustig, ey, Junge oder Mädchen, also du musst besser hinkommen. Mit Granaten, mhm. Können wir euch machen? Ja, sehr witzig, was soll ich machen? Äh. Das war zusammenliegen hier, oder was? Ja. So. Ich helfe dir mal. Ich glaube, diese spezifische Verzierung gehört andersrum, oder? Äh, okay, warte mal. Hä? Äh, wen brauche ich denn hier? Äh, was finde ich denn hier schießen das? Äh, hau mal auf den Würfel. Äh, zwölfter Doktor, Emmett Meisterbauer, Jay, und B.A. Barracus. So, ich hab den Doktor. Mach mal einen New Scale Minder auf, ich will auch neue Figuren sehen. Äh, wer ist das denn? Oh, fantastische Tierwesen. Äh. Wer ich den finde? Ich hab ja einen Potter gefunden. Oh Gott, ey. Mann, ey. Äh. Den hier? Äh. Ich habe gehört, es befinden sich fantastische Tierwesen in der Nähe. Ja. Äh. Wieso bin ich jetzt da? So, ich hab den Newt. Okay. Dafür hab ich genau das Richtige. Okay, muss ich anscheinend gedrückt halten? Madame Vastras Villa scheint in einem noch besseren Zustand als zuvor zu sein. Du hast deinen Planeten gut gedient, Sir. Madame. Kind? Hehehe. Die Belohnung für deine Mühen ist zwar keine korrekte Geschlechtszuweisung meinerseits, aber ich glaube, was ich für dich habe, ist mehr als genug. Nimm es. Ja. Sehr schön. So, da haben wir auch Newt endlich mal, auch mal im Einsatz. Ja, den Film haben wir mal gesehen, der ist echt fantastisch. Das stimmt. Äh, was ist das denn hier? Echt mal extra long. Äh. So, wir sollten uns dem nächsten Punkt widmen. Äh, ja. Da hab ich auch schon versucht reinzukommen. Guck mal. Hä? Okay. Ich hab das schon aufgeschossen gehabt, aber irgendwie kann man da nicht rein. Ich würde doch reinkommen können. Äh. Ah, ich bin drin. Du bist drin, ne? Ich bin drin. Toll, wo bist du? Oh, ich bin bei dir in der Nähe. Ja. Ah, hier. Ja. Ich stehe direkt davor, ey. Wie ein besoffener Hund. Äh. Was ist denn für ein Würfel hier? Äh, wird der, der Laserabweiser. Äh, Laserabweiser ist hier der, der... Ich kenne noch mehr. Okay, den müsste ich da drauf stellen. Ja. Okay, dann stelle ich den mal drauf. Ja. Wo ist der Kubus? Da ist er. Aber so, jetzt haben wir einen Wanderkubus. Ähm. Na, hoffentlich funktioniert der. Wenn der stehen bleibt, dann wäre es schön. Wir haben einen Bau 2. War Bau 2 eigentlich, äh, angegeben, dass es funktioniert? Hm, ich glaub nicht. Kannst du den nicht abstellen? Nee. Hä? Zumindest wüsste ich nicht wie. Äh, okay. So, ich hab's rausgekriegt. So, äh, kannst du den Mobster mal aufmachen? Oh Gott. Okay. Äh, ja. Anledigt. Ich glaub, den Kubus kann man mal wieder runternehmen. Den können wir wieder runternehmen, jo. Das können wir mal machen. Äh, wo bin ich denn gerade? Okay. So. Okay, der Kubus ist unten. Äh. Sehr schön. So. 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 So, wir sollten erstmal der Linkspumpster folgen jetzt hier. Ja. Das war doch hier. Du hast einen goldenen bekommen oder nicht? Ja. Hab ich doch schon erledigt. Ja, da muss doch noch eine Aufgabe hier sein. Weil die würde ja sonst auf Steinen angezeigt werden. Hier hinten, den du versteckst? Nee. Hier steht ja keiner. Nee. Hier muss doch irgendwo eigentlich nötig stehen. Da ist ein Cyberman. Oh. Zusammenbauen wird ja normalerweise als, äh, mit Schraubenschlüsseln angezeigt auf der Karte. Aber was ist denn hier los? Wie soll man die Sachen finden? Jetzt wird wieder noch was angezeigt. Ich komme zu dir. Da wird immer noch ein Ausdruck angezeigt. Ja, irgendjemand krabbelt da hier ständig noch. Ja. Ah, los, bewegt dich. Deswegen, also hier ist ja noch ein Punkt auf der Karte. Sieht man ja. Aber die Figur, die kann sich ja sonst verstecken. Ja. Wir haben wohl eine kleine Nebengasse. Ich hab die ja hier auch gerade so gefunden. So. Okay. Es ist Zeit, euch in glorreichen Kampf zu stellen, ihr unwürdigen Urgackwesen. Es ist meine Mission, euch zu vernichten. Und der Wortmeld. Dann wieder. Achso. Hochgeschmissen. Okay. Ja. So, leider nicht das, was wir gesucht haben. Nee, nicht wirklich. So, hier. Ja, du stehst direkt. Wo was denn ist? Ich komme zu dir mit einer dringenden Mission von... Das ist also ein Herz. Madame Vastra hat mich informiert, dass eine Gruppe von Urwerkdroiden Teile für ihr armseliges Schiff zusammenklaut. Okay. Wenn ich versehe, gibt es noch eine Lösung. Granaten. Komm, fordern wir sie zu einem Kampf auf den Tod heraus. Okay. So. So, darfst du dich noch erfahren, wo du stehst? Äh. Nee. Der hat jemand da durch? Ja, den muss ich jetzt mal angreifen. Ah, genau. Die muss ja... Der hat den ersten gerade vernichtet gehabt. Ja, cool. So, wo kommen die nächsten? Äh. Da. Irgendwie von... Hier. Hä? Komm her. Äh. Das war die falsche, entschuldige. 15, 16, 17... 19, 21, 22, 23, 24, 26. Ich brauche nur, da müssen wir einen Zauberangriff machen, ich das ja nur. So, 30. So, 30. Habe ich erledigt. Ich fürchte, ich bin so dank verpflichtet, Madam. Äh. Oder, äh. Ich erlicken, das Gefecht ist gut geschlagen. Möchtest du vielleicht eine Tasse Tee? Oder... Säure? Du kriegst auch gleich Zäure, ey. Hahaha. Ehrlich, ey. So. Jo, ich glaube, jetzt sind wir hier nackig. Äh, ich meine fertig. Ähm, ja. Sieht zumindest so aus. So, ich mache meinen Weihnachtsbaum kaputt. Äh, ja. Okay, ähm. Sieht zumindest ziemlich fertig hier aus. Äh, Schatz? Ja. Komm mal mit. Wohin? Komm mal mit. Geh mal geradeaus. Geh mal geradeaus. Zum Teleporter. Komm mal mit. Sieht auch geradeaus. Geradeaus. Okay. Oh, jetzt noch rechts abbiegen. Ja, rechts. Mir nack. Ja, da bist du ja. Einfach mal mir nack. Jo, jo, ich mache. Mium. 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 Ah, okay. Sehr schön. Hast du verstanden, ja? Ja. Ich habe den Fonschimmer gesehen, aber wieder komplett aus den Augen verloren. Äh, okay. So, ich habe schnell den Charakter gewechselt. Mium. Sonst wäre ich verloren gewesen. So. Ja. Oh. Ja, so. Hihi. Ja, du hast gesagt, das sei mit dem Weg merken. Also habe ich das auch getan. Sehr funny. Hm. Hm. Wenn man nicht gegenrennen kann, ist das immer ein bisschen schwierig. Hm. Aber du hast auch gefascht. Ey, cool. Das gefällt mir. Ja. So. Und jetzt hier mitkommen? Äh, mitkommen. Ja. Moment. So. Warte mal. Ich muss mal kurz... So. Okay. Einfach mir hinterher. Ja. Äh, na okay. So nicht. Ach so. Hinterher. Warte mal. Was ist denn dem hier? Livers? Oh, hier ist was. Okay. Was wollte ich sagen? Nicht irgendwo. Da ging es rein. Ja, die Ansicht, die ist mal wieder sehr zum, ähm... Liebhaben? Äh... Äh... Was ist denn eigentlich hier drinnen? Was ist denn eigentlich hier drinnen? Ich sollte hinterher. Und du bist raus hier ran und ich weiß nicht wohin. Moment. Ich zeig mich. Hier bin ich. Ich glaub den grünen Punkt einfach mal hinterher. Äh, falsche Richtung. Das ist die Kamera, die hat sich kurz gedreht. Ach so. Ja. Du willst zum Teleporter willst du? Du hast gesagt, du willst hier hin. Also gehe ich hier hin. Ja. Wusste doch, dass du da rein willst. Ich bin ja vor dir reingehen. Äh. Ein Skaro. Sag mal, jetzt kommen wir ständig woanders hin? Anscheinend ja. Na super. Äh, okay. Tja, jetzt sind wir auf jeden Fall in Skaro gelandet. Wir sind vorher, waren wir ja auch mal kurz irgendwo drinnen und da sind wir woanders gelandet. Hm. Okay, dann machen wir das jetzt erstmal hier. Ja, muss wohl. Wenn sich das hier alles ändern tut eh, dann... äh... So wird es eh schwer werden. Da brauchen wir, glaube ich, einen Doktor hier. Du hast den Doktor doch da. Bei dir. Das ist ein Jut. Ich habe keinen Doktor. Na doch, da steht er doch. Da steht doch da bei dir, der hat einen schwarzen Anzug. Erster Doktor. Tatsächlich. Habt er gesagt. Wow, die sieht aber eigenartig hier aus. Hä? Ja, der will von dem ersten Doktor wahrscheinlich nichts wissen. Äh, das muss der junge Doktor wahrscheinlich sein. Ja, kann ich auch ändern. So, Wollemann, Simon, Gollum, böse Hexe, Eason Hunt, Harry Potter, Wollemann, B.A. Ähm... B.A. habe ich hier. Nude Scamander habe ich doch gerade drauf. Ich habe doch Nude. Tina habe ich. Tina kann das auch. So, Nude, komm mal her. Tina habe ich auch hier. Ja, Tina? Ja, Tina haben wir auch noch nie. Lass mich das versuchen. Ja. Boah, ich habe hier totale Station gefunden. Okay, äh, wie mache ich das jetzt hier mit Ihnen, äh... Was soll ich mit Ihnen machen jetzt hier? Äh, gute Frage, Schatz. Nächste? Aha. Die nächste weiß ich leider nicht. So, ich bin wieder bei dir. Oh, okay, alles klar. Hast du es geschafft, ja? Ja, so ungefähr zumindest. Okay, und jetzt brauche ich wieder... Äh, Lucy. Äh, wo ist Lucy? Wie heißt du, glaube ich, Lucy? So. Äh, toll. Sie kommt bei mir hier raus. Ja, hole ich mal gleich. So, Lucy. So. Und da ist Lucy. So, äh... Das wurde ja gerade angezeigt. Okay. Alles klar. Wen brauche ich jetzt? Verzweifelterweise. Ich sage nur noch einmal Spaß zu sein, weil ich ja hier nichts weiter machen kann. Kannst du das auch? Manche nicht. Dann brauche ich wieder einen Doktor anscheinend. Kannst du das? Weiß ich nicht. Oh, alter, lass es doch mal an, du guckst. Gurkensalat. So. Äh. Okay. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen den Planeten zusammenführen, oder wo wir gerade sind. Ob es eines der Planeten sind, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Äh, ja. Okay. 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 Fertig zusammengebaut. Ist es auf jeden Fall schon mal? Ist das schon mal sehr fein. Oh. Okay. Ich brauche nicht groß und klein. Ich brauche 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 groß und klein. Groß und klein. Komm allein. Ähm. Kommt mein Schnuckel zu mir? Ähm. Ähm. Ja, ich will fliegen. So. Ähm. Dazu muss ich dich aber erstmal mal finden. Warte mal. Wo bist du? Die Brücke rüber? Die Brücke? Die Brücke? Ja, da. Du bist in der Nähe vom Goldenen Stein. Moment, wo muss ich langfliegen? Ich muss erstmal eine Richtung finden, wo ich langfliegen. Ja, da lang? Flieg mal hoch, ja. So. Nicht so weit hoch. Da bin ich nicht. Ah, hier musst du noch parken. Ja, aber da bin ich nicht. Oh, das finde ich dann nie wieder. Doch, doch. Das findest du. Oh, hier ist der Goldene Stein. Warte mal. Der Goldene Stein ist nicht mehr ansatzweise hier. Nee. Ja, kann ich das erstmal machen hier? Hm. Okay. Jetzt finde ich das nicht mehr. So, wir haben den einen, genau. Hm, so. Na gut, dass ich den schon mal bereitgestellt habe. Ja, man muss alles parat haben, wenn man Lego spielt. So. Oh, da sind ganz viele blaue Stutz. Da oben drauf, ne? Mhm. Ja. Ähm. Okay, da ist gelandet. So. Okay, und jetzt? Aha, okay. Oh Mann ey. Der Controller vibriert ey. Das gibt's gar nicht mehr. Halt. Okay, dann lande hier. Ist mir auch egal. Ah, ich seh nicht. Okay, alles klar. Wo bin ich zum Teufel? Vergammel den Wurstsalat einmal. Du bist ein Stück höher. Du musst noch rumfliegen. Ich war ja auch oben, aber ich war noch nicht auf der Plattform hier. So. Gut, es war relativ unwichtig hier alles, aber... Oh, schade. Ja. Klappt ja meistens nicht. Ne, ist nix. Super geil, das ist natürlich einfacher. So, wo bist du? Äh. Nein. Dreh dich mal. Du hast gesagt, du bist in der Nähe. Ja, dreh dich mal. Ich bin in der Luft. Ja, warte mal. Du bist in der Luft? Ich bin in der Luft. Ja, warte mal. Moment. Moment, ich muss zu dir fliegen. Das ist dann in der Richtung ungefähr. Da oben. Und jetzt einfach nach unten. Da oben bist du ja. Da oben hängst du was? Suchst du in der Luft? Da runter, nach unten. Warte mal kurz. Wenn ich mal hier ist, dann nehme ich mir natürlich hier das Schildersmütchen, ne? Guck mal. Ist doch geil. Kann man nicht einfach so liegen lassen. So, muss mal helfen. Wo soll ich noch was nehmen? Oh. Moment, ich muss jetzt mal aus der Pütze raus. Was? Was suchst du in der Pütze? Hast du jetzt nicht Zeit zum Pützen sammeln? Oh toll, jetzt bin ich den Eingang nicht mehr. Jetzt bin ich irgendwo abgestürzt. Scheiße. Da suchst du unser Flieger da unten in der Pütze. Da. Keine Ahnung. So, jetzt bin ich richtig. Du bist richtig, ne? Und da, ich bin mal gleichzeitig mit dir. Ja, genau runter. Geh runter. Runter, 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 runter. Einfach runter. Runter. Naja, nicht ganz. Fast. Nach links. Na links. Na links. Hier, ich guck mal, da ist was. Ja. Ich brauche erstmal groß und klein. Du bist fast richtig. Ja, du bist zu weit. Über die Brücke. Geh über die Brücke. Runter mit dir. Runter. Hab dich. Sehr schön. So. 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 Tor treffen. So. Wo man groß und klein auch alleine hinkriegt, ne? Mhm. Ja, aber warum brauchst du mich denn? So. Weil man kriegt's ja alleine hin. Äh, toll. Ich seh... Super. Ich seh auch so viel hier. Ah, jetzt. Hier gibt's zwei Sachen. Erstmal würde ich finden auswählen. Äh, ich kann nicht weg... Jetzt sag. Das soll... Ja, jetzt zwar ist das falsche, aber... Wieso das ist finden? Hm, nein. Doch. Nein, das ist genau das Gegenteil, aber... Das ist finden. Das war doch nicht der Findenstein. Aber an der Zeit du suchst, kann ich mal... das da reinsetzen, eventuell. Nee, da musst du groß und klein sein. Ja. Ich seh nur nix. Das können wir dir gut vorstellen. Ich nehme mal den Flieger runter hier. Du dürfte jetzt etwas... im Weg sein. Nee. Ach, nee, warte mal. Ich nehme das andere erstmal. Anscheinend... geht das nicht, wenn... Das ist finden. Äh... Guck mal, was da angezeigt wird. Das Auge. Ich habe gesagt, das sind falschen. Ah, das war früher nicht so. Das war immer so gewesen. Äh... Muss ja auch was finden. Du musst nur mir vertrauen, denn das ist gut. Das war schon zwei Monate her, wo ich nicht gespielt habe, aber trotzdem was ist. Hä? Werde ich jetzt rot oder irgendwas? Hm, super geil, ich sehe hier drauf, ne? Ja. Also musst du auf der Seite achten. Ah! Ja, du hast es doch. Na? Komm, 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 komm! So, und was ist jetzt passiert? Da ist ein Teil rausgekommen. Ah! Da habe ich mir gedacht, deswegen... So, machen wir jetzt groß und klein? Ja, okay, mache ich. Ähm... Moment, wo ist der Schleifstift? Da ist er. So. Okay. Äh... Dann... Dass die Bildteilung so bescheuert ist. Das ist echt zum Kotzen, ey. Äh... Das ist groß. Okay. Nein, das weiß man doch. So. Gib mal her. Jetzt weiß ich sowas. So. Ich muss mal da rein. Okay. Und wo kommst du? Du musst dir Bild aufteilen und zum Kotzen. Äh... Kommst du da rein? Du kommst da rein, okay. Äh, ja. Da muss ich jetzt aber klein werden. So. Da ist noch ein Klotz zum reinstecken, ja? Ja. Ist auch schon drin. Beide drin, ne? Ja. Ne, warte mal. Da in der Ecke? Kommt da ja auch noch einer rein? Ja. Ich habe gesagt, das ist nur einer Lied. Der Lied ist sogar noch da und du sagst, das habe ich schon gemacht. Also ich könnte hier echt aus der Affäre treten. Ähm... Ja, klasse. So. Okay. Das glaube ich alles nicht mehr hier. Muss ich rein werden? Ich hatte beide. Ja, ja. Das hier war ja auch eine. Überlegen, gar nichts. Überhaupt nichts gemacht. Na sie. So. Dann sind es drei. Dann sind es drei. Insgesamt. So, jetzt sagst du. Jetzt musst du klein werden. Oh, ne. Ehrlich? Ja. Wäre ich nie drauf gekommen. Nein. Erste Sache. Nichts. Du musst die beiden... Ja. Ich bin nicht behindert. So. Da muss ich anscheinend normal werden. Gehe mal lieber ein bisschen an die Kante, weil ich kenne die. Hm. Scheißfax, kenne ich ja. Wie ich es leider zu genüge. So, jetzt müssen wir hier. Genau. Wertvoller Gegenstand. Ich werde ihn um jeden Preis beschützen. Zubi. Hm. Weißt du, das kann man ja nicht abschalten. Das ist nämlich das Problem. Doch. Hast du doch abgeschaltet. Einfach gar nichts machen. Okay. Ja, wo man komischerweise in der Luft steht. Irgendwie. Oder schwebt. So, jetzt haben wir den Stein zwar schon besorgt und äh... Okay. Willst du zu dem, was du da gesehen hast? Was habe ich denn gesehen? Na, als du geschwebt hattest. Äh, ja. Ich weiß schon, wo es war. Ähm. Ich finde jemals einen Weg wieder, wenn ich mal irgendwo anders hingehe. Nee, das muss ich nicht. Da wird man sich über... Da wird man sich über... Hier. Ja. Ja, du findest alles, aber ich nicht. Ja. Geh da. Ja, da lang, da lang, da lang, da lang. Ah, und runter. So, aber wir müssen jetzt erst mal ein Päuschen einlegen. Aha, guck mal, was da ist. Hm. Was wir nicht können. Das ist das Problem. So. Jo. Okay. Dann legen wir ein Päuschen ein. Und du kannst mal wieder nicht stillhalten. Ja, das ist... Hm. Ja, immer so, komischerweise. Okay. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in, äh, aufs Garo. Ja. Tschüss sagt eure Solli. Ja, und die Gemme natürlich. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.